Ultra Plus Baby Oh, oh, Marihuana, Kokaina, oh, oh, was du willst kann ich liefern, oh, oh, wenn ich spiel, ich komm wieder, oh, oh, mit Paket voll Chiquita Oh, 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 oh In der linken Hand Espresso, in der rechten Malboro, Malboro Kokain in der linken Hosentasche, ist der Wert deiner Wohnung, mach ein Foto Ein Leben ohne Turbulenzen, und am Ende kann ich lachen vor der Kamera Schüsse fallen mit der Kernen, und nicht mehr von der Ballarme Die wollen wissen, was ich alles gemacht hab, doch ich sage kein Wort für mich, rede dein Anwalt Du kommst nicht an mich ran, ich hab dich eingepanzert, wir schicken liebe Grüße an das ganze Finanzamt Oh, oh, Marihuana, Kokaina, oh, oh, was du willst kann ich liefern, oh, oh, wenn ich spiel, ich komm wieder, oh, mit Paket voll Chiquita Oh, 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 oh O-O-O, 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 O-O, O-O-O, O-O, 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 O-O. Ja, cooler Song. Ja, geil. Ist jetzt nicht deren stärkster Song meiner Meinung nach, aber so, ich find's ein cooler Song. Bisschen spät jetzt, Spätsommer. Bruder, Arte, Zuna, beide. Also guck mal, ich bin ein Fan von denen, Bruder. Ich auch übertrieben. Walla, ich bin ein Fan von denen, Cousin. Ich glaube, das, was an diesem Song gestört, ist nur die Hook. Ja, ich finde, die ist nicht ganz so Ding. Also allein, Bruder, Zuna, ich kenne kaum Leute, die live, Bruder, krasser mit Autos umgehen können, als dieser Mensch. Bruder, wenn ich meinen Stream starte, ich lasse Zuna laufen, Cousin. So, so Fan bin ich. Walla, der Albi ist auch immer, Albi ist bester Mann. Der Song ist geil, Bruder, der ist anders. Ja, er ist anders, ist cool, ist cool. Ist jetzt nicht der stärkste Song von dir, weil ich will immer ein bisschen ehrlich sein. Weißt du, mein Bruder, ich bin immer so, ich will... Mir steht nur die Hook. Ja, ich denke auch. Aber ich, legitim, das ist so ein Shisha-Bar-Song, Bruder. Der wird überall laufen, der wird schon seinen Zweck erfüllen. Kherit Bonouar. Vielen, vielen, vielen Dank für den 17. Monat. Salamu alaikum, Adreris. Ich küss dein Herz, Kherit Bonouar. Hey, Tiramisu schmeckt super, Bruder. Ich küss dein Auge. Ey, Kherit, wenn du in Wiesbaden bist, gehen wir hin. Moin. Kherit Bonouar, kennst du? Rebel Comedy. Ich sag, dann kommt er nach Wiesbaden. Natürlich. Wo ist denn unsere Einladung? Ist ja hier gerade. Natürlich, er ist gerade da, er hat gerade reingesappt. Seit 17 Monaten ist er am Start, der Bruder. Kherit, mein Bruder, Wiesbaden, ohne uns geht nicht. Wo seid ihr? Im Wohnzimmer? Bestimmt Wohnzimmer. Bestimmt, Kherit, wo bist du? Bestimmt Wohnzimmer. Check mich ab, schreib mir, wir kommen gerne vorbei, Kherit. Ich küss dein Herz. So, nochmal einen Daumen nach oben für Suna und AZ. Liebe Grüße auch, ich hab dich auch lange nicht gesehen.